Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 ReplayCast 1857, müsste das jetzt sein? Genau, und wir haben das erste Halbfinale. Das ist ein TVT, zwei Terraner, zwei koreanische Terraner, einmal in Rot beim Team Kaisi Gaming. Das ist Innovation. Und sein Gegner, der ist beim Team Envy, das hier ist Maru. Also absolutes Spitzenklasse-TVT. Okay, und Maru bereits mit Doppel-Proxy-Rex. Er hat wohl nicht so viel Geduld und nicht so viel Zeit. Wer weiß, vielleicht muss er los, vielleicht hat er noch einen Termin. Ja, Map-Order haben wir auch. 2000 Atmosphere ist logischerweise Karte Nummer 1. Danach folgt Oxide, Romanticide, Backhead Industries und Lightshade. W-Toes waren Blackburn, das hat Maru gewählt tot. Und Jagannatha wurde von Innovation gewählt tot. So, das heißt, die Barracks werden fertig. Zu Hause steht natürlich entsprechend nichts. Kein Scout von Innovation, das könnte für Probleme sorgen. Er baut auf jeden Fall einen Reaper. Problem ist natürlich, er wird dann Doppel-Reaper früher oder später abbekommen. Es braucht einen Augenblick, bis der Zeitreaper dann gebaut wird. Aber ja, das könnte ein tolles Timing für Maru werden, richtig bescheidenes für Innovation. Er baut jetzt eine Factory mit dazu, ein Hellion kann dann retten. Weil man je nach Reaper-Masse trotzdem aufpassen muss mit einem Hellion. Aber erstmal die ersten Reaper im Bau, die ersten Reaper gleich fertig. Innovation wird die Basis verlassen, wird rüberfahren. Das heißt, er ist nicht da für die Defense. Maru erwartet noch. Er wartet noch auf den zweiten Reaper. Also er will die Doppel-Feuer-Power haben. Und in dieser Zeit fährt eben der Reaper auch los. Nein, okay, er fährt nicht komplett durch. Er scoutet nochmal. Das heißt, er könnte jetzt aber überrascht werden. Das könnte andere Probleme bedeuten, weil der zweite für Maru ist gleich mit dabei. Okay, Reaper-Fight wird gezündet. Proxy wurde gescoutet. Los geht die Party. Für Maru ist jetzt, okay, ich wurde gefunden. Jetzt muss ich loslegen. Er hat gleich den zweiten Reaper mit dabei. Und der Reaper von Innovation ist angesteigt. Das heißt, er kann gerade nicht wirklich fighten. Das SSV-Stopp-Bunker wird gesetzt. Maru will hier auf jeden Fall etwas länger stressen. Man, SSVs wurden gezogen. Mine ist richtig gut. Du machst so viel Schaden gerade. Du hast so viele SSVs durcheinander. Aber der Bunker wird erstmal gestoppt. Dafür aber stoppt das nächste und... Ja, drei SSVs sogar insgesamt schon die bei Innovation gestoppt. Das ist eine Mine hier. Muss man ein bisschen darauf aufpassen. High-Ground-Vision ist ein bisschen da durch den Bunker. Das hilft natürlich auch mal. Auch wenn der Bunker nicht fertig ist. Er gab die Vision gerade für ein bisschen Damage. Trotzdem, High-Ground wird gehalten. Das ist wichtig für Innovation. Er flirrt ein paar SSVs. Er flirrt ein bisschen Mining-Time. Aber er überlebt. Und das ist schon mal wichtig. Maru fliegt eine Barracks los. Und die andere baut nochmal weiter Reaper. Er will die High-Ground-Vision. Die Barracks ist da so ziemlich auf Kurs High-Ground. Hier hinten rein. Um sich die Sache anzusehen. Und die Reaper hier draußen müssen aber aufpassen. Es ist inzwischen sehr viel Feuerpuff-Innovation da. Und das gibt dem Maru auch zu spüren. Der wirft ein paar Minen. Erste Reaper geht aber dauernd. Die Minen wirfen alles Mining durch die Gegend. Und damit ist die Aktion so ziemlich abgebrochen. Aber die Barracks scoutet jetzt drüber. Und sieht, okay, da baut seine Expansion. Hat die also doch schon unterwegs. Und die ist auch schneller als die von Maru. Also Marus Proxy hat nicht den gewünschten Erfolg. Und wird hier eventuell noch die Barracks verlieren. Ja, ist ein netter Scout, aber nicht sonderlich agil. Die Reaper warten nochmal vor der Base. Und, oh, die wollen sogar nochmal reindiven. Versuchen es dann. Mit den Minen wollten den Hellion da snipen. Hat nicht ganz geklappt. Ein bisschen Schaden haben sie gemacht. Die Barracks lebt tatsächlich noch. Es fehlt nicht mehr viel. Dann fängt sie aber das Brennen an. Dann wird es etwas problematischer. Die Reaper versuchen hier weiter frech zu sein. Dann hat das Micro den einen Reaper extra nach hinten gestellt. Damit der nicht gesnipt wird. Aber die Barracks brennt. Der Cyclone ist auch mit dabei. Und damit ist es zu viel Schaden. Diese Barracks wird es nicht überleben. Die wird da gleich ihr Ende finden. Da geht sie dahin. In einem Feuerball. Und dann eine Rauchwolke geht sie auf. Ja, das wurde hier ein Cyclone gebaut. Es gab den Starport. Und Doppel-CC sogar von Maru. Also geht auf die drei Basen. Die schöne Kurvskorrektur. Von wegen, ja, ich habe im Early-Game gecheased. Das hat meine Economy geschwächt. Und jetzt hätte ich gern viel Economy. Das heißt, ich baue einfach mal voll auf CCs. Und bin damit sehr, sehr greedy unterwegs. Innovation hat natürlich seine eigenen Latschball auch noch nicht. Muss jetzt noch rausfliegen. Insgesamt 29, 29, 30. Sie sind die Economy-Tennis nicht weit voneinander entfernt. Und durch die dritte, die jetzt im Bau ist und auch schon halb durch ist, da könnte sich Maru tatsächlich nach vorne bringen. Innovation schaut jetzt aber selber mal über die Map mit Doppel-Cycling. Man kann da vielleicht noch damit was anfangen. Da sieht man eben, Mining-Tennis plus minus 300. Das ist der kleinste Bereich, den wir jetzt im Angebot haben. Also das ist noch wirklich nicht viel. Dafür der Reaper. Er hat gescoutet erfolgreich. Er hat dafür sein Leben geopfert. Ähnliche Skill für den Hellion gerade. Ey, Leute, da ist ein Panzer. Boom, war der Hellion weg. Zeigend hält dir die Mainbase. Raven ist da. Und da wird einmal ein Reaper rausgeschickt für den weiteren Scout. Damit geht es eher an Aufbau-Play erstmal. Jetzt kommt die eBay bei Innovation. Er ist noch weiter mit seinen Einheiten da vorne unterwegs. Und da kommt die Banshee jetzt auch mit ins Spiel. Tarnung hat sie nicht. Das ist einfach nur eine normale Banshee. Er schießt als erstes aufs Mew. Das braucht drei Angriffe. Jetzt kommt Cycle mit rüber. Der Raven wird gar nicht zwingend benötigt. Aber es wird nicht reichen mit dem Lockdown. Man macht einiges an Schaden, aber für den Kill reicht es nicht. Man weiß, man ist okay. Mein Gegner hat einen Raven auf jeden Fall auf dem Feld. Da kommt der Scan und der Scan sieht keine dritte Basis bei Innovation. Die Info hat Maru jetzt. Und da muss er eben aufpassen. Innovation kann jetzt natürlich mehr Army Supply bauen. Hat auch schon mehr als sein Gegner. Zehn mehr in etwa. Hat eben Stimmon plus 1 unterwegs. Und mit der Kombination kann er dann angreifen. Und dann auch irgendwie ein bisschen was machen müssen. Weil ansonsten wird die Basis zum Verhängnis. Der Reaper wollte sich da durchschleichen. Wird aber abgefangen von den Cyclones. Das heißt Reaper-Danish ist nicht mehr viel am Leben bei Maru. Einer noch. Und der hängt hier gerade ab. Die Banschies versucht nochmal über den anderen Angriffswinkel. Nämlich die Main Base. Versucht da näher ranzukommen. Oder stellt sich mal auf Standby. Dann haben wir einen Panzer rausgefahren. Addons werden nochmal freigegeben. Äh. Ach da war der Panzer wahrscheinlich gerade eingesperrt. Wieder anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Warum sich das Tackler wegbearbeitet. Aber gut. Ja. Es gibt jetzt doch eine dritte. Innovation zieht also mit dem dritten Cent nach. Das hat Maru auch direkt gescoutet. Und zudem das SCV entsorgt, dass er es gebaut hat. Das hat nochmal ein paar Sekunden Bauzeit verloren. Trotzdem rückt Innovation mal raus. Weil er hat natürlich massiv Army. Und zudem muss er seine dritte ein bisschen absichern. Weil er nicht so hundertprozentig weiß, was Maru da gerade hat. Die Banshee hat sich nämlich noch nicht in die Basis getraut. Und man sieht die Main Base ist noch komplett umgescoutet. Es kommt 1-1 Stim bei Maru. Bei Innovation nehmen wir schon Combat Shield 10 plus 1 ist gleich drauf. Und er hat eben mehr Army Supply. Er hat deutlich mehr Army Supply. Die Frage ist, kann er es nutzen? Gegen Vikings und Panzer. Beim Gegner ist das immer ziemlich schwierig. Weil da kommen gerade Vikings und Panzer stehen halt schon. Stehen auch gut gesplittet. Auf maximale Reichweite. Dass man so weit rauskommt wie irgendwie möglich. Und die Cyclones. Ja, lassen sich kurz anlocken. Schön. Wirklich schön gemacht von Maru. Er hat genau den Winkel gehabt. Wo beide Panzer auf den Cyclones schießen können. Wo sie beide den in ihre Reichweite bekommen haben. Also viel besser hat er das nicht machen können. Da kommt gleich noch Trigonometrie mit dazu. Rechnet da die Winkel ausregen. Linien ziehen. Okay, dahin kann man die Einheit hinziehen. Damit ein Cyclones schon mal weniger. Innovation steht jetzt hier draußen. Beide scannen sich fleißig. Dritte Basis kann also momentan nichts tun. Innovation, seine dritte ist jetzt fertig. Also profitiert dann doch mehr davon. Maru konnte die Basis einfach nicht setzen, obwohl er sie schon länger hat. Er ist in den Worker noch ein Ticken vorne. Aber aktuell eben noch sehr auf seine Defensive konzentriert. Die Banshee hat's währenddessen auch zerfetzt an den Vikings hier. Ja, eins davon hat einen Kill. Und ein SCV. Ähm, viel Glück. Ja. Hatte nicht viel Glück. Dafür, die Ravens geben mal Contra. Und die machen deutlich mehr Schaden. Vier, sieben, sieben SCVs. Das tickt einfach so schnell hoch mit diesen Autoturls. Äh, es werden noch mehr. Neun SCVs. Und die Ravens haben noch Energie. Da geht doch mehr mit den Autoturls. Das ist die Spamming gerade einfach endlos Autoturls. Die Triple Ravens hier. Und Innovation hat kein einziges. Sieht man selten, dass ein TVT-Einspieler keine Ravens hat. Aber man sieht auch, was Ravens anrichten können. Da Innovation auf der Map draußen ist. Diese Autoturls. Oh mein Gott, zwölf Kills. Haha. Die Ravens haben halt echt abgesammelt. 14 Kills auf die SCVs. Und da ist gleich nochmal Energie für ein neues Autoturl da. In ein paar Sekunden. Und das wird hier eingeladen mit einem massiven Drop. Und damit wird die Army von Innovation ein bisschen umschippert. Maru hält nach wie vor seine zwei Basen. Weiß, dass der Gegner vor seiner Haustür steht. Weil er hat gemerkt, wie wenig Reaktion hier einfach ist. Also kann nicht viel zu Hause sein. Und da spielt Maru gerade richtig smart. Innovation hat da so seine Schwierigkeiten damit. Weiß ist aber auch, dass da ein Drop rausgeschickt wurde. Hat's hoffentlich mitbekommen. Ja, und sein Meininger ist auf jeden Fall ordentlich durchgewirbelt. Er hat da sehr viele Ressourcen. Und dafür will er es jetzt wissen. Er pusht hier rein. Auf die Panzer. Hat drei Panzer, vier Panzer, fünf Panzer. Das sind sehr viele Panzer geschehen. Er muss sehr, sehr tief reinjagen. Und so viele gesiegt die Panzer rein. Er kriegt den Großteil davon. Aber er kommt nicht so voll vor. Wenn man sieht, er wird trotzdem gestoppt. Er bricht nicht die Netze durch. Und jetzt sind hier die Vikings mit dabei. Das heißt, Maru hat den Vision-Vorteil, wenn nicht Innovation die ganze Zeit scannt. Und Maru hat immer noch den Drop raus. Da war halt nicht, das war nicht mal dabei. Und Maru hält das hier schon. Das ist gar nicht cool als Innovation. Weil den Konter, den ich gleich habe, prüft. Der tut auch ordentlich weh. Das Weichen wird aber gesniped. Und wenn ich jetzt, die Netze wird belagert. Aber das muss in der Welt auch tun. Er muss ein bisschen Schaden machen. Und hat jetzt den eigenen defensiven Panzer. Maru mit den eigenen Marines-SVs war mitgezogen. Und das tut also auch weh. Die Truppe wird gecleared wahrscheinlich. Aber nur unter schweren Verlusten. In dem Fall sind das 18 SCVs, 17 SCVs. Zu den 11 die Maru gerade fördern. Maru's Netzer wird gerade weggespringt. Aber jetzt sind die Ravens mit dabei. Das heißt, hier können sie mal Autoturl-Parade geben. Da wird schon einer der Panzer gesniped. Der andere Panzer ist auch in Gefahr. Autoturls werden nachgeladen. Marines kommen runter. Maru will den Fightcrush. Und da kommen die drei Autoturls, um den Schaden abzudanken. Die Marines werden dessen gehend runter. Die Panzer werden jetzt angecharged. Der Support von Wages ist nicht mehr mit dabei. Und seine Army wird diesen Fight verlieren. Er kommt wie ein Force-Man angelaufen. Man sieht das. Aber es kam halt nicht rechtzeitig. Maru hält das tatsächlich. Und jetzt haben wir 48 zu 35 Worker. Die dritte Basis für Maru kann tatsächlich mal die Basis verlassen. Die steht da schon ewig rum. In der Mainbase. In der Zeit ist die Mainbase leer gelaufen. Nach und nach. Das heißt, wir haben jetzt die gleiche Basenstruktur. Aber deutlich mehr Worker für Maru und Liberator mit dabei. Also tatsächlich hat er das irgendwie gewuppt. Und er hat auch immer noch seine Ravens am Leben. Das heißt, er kann die noch weiterverwenden. Erstmal der Marinefight hier. Nein, erster Raven geht jetzt down. Der zweite geht ebenfalls down. Die Panzer aber mit den Marines. Reicht das? Für wen reicht das? Das Reichen ist noch mit dabei. Die Marines werden wirklich wenig. Die Panzer schießen sich gegenseitig noch aus dem Leben. Da steht es 2 zu 3. Die Panzer haben auch... Nein, der Panzer hat auch noch gesnaped. Und die Marines stürmen nochmal an. Kriegen die Panks. Aber dafür lebt man auch einige Marines. Meine Visions-Position ist jetzt nicht so stark. Es ist nur noch ein Raven jetzt übrig. Es sind noch viele Medivacs oben 5 zu 5. Die Basis wird weiter beschossen. Aber wir sind bei 53,38 STVs. Also für Innovation ist das Problem, er sammelt... Ja, er sammelt gerade jetzt nicht noch ganz okay, weil Maru's STVs anderweitig beschäftigt sind. Und die Mineralien vielleicht nicht so ganz zufrieden überstehen. Aber Maru hätte generell mehr Mining verfügbar. Manovation gibt sich hier zumindest nicht auf. Er hält weiter die Belagerung aktiv. Der Raven hat wieder ein bisschen Energie für den Weitkens-Auto-Turret. Oder den Interference-Medics. Bei so wenigen Panzern lohnt es sich auch den Interference-Medics. Die Medivacs wollen jetzt da reinboosten in die Mainbase. Also mutiger Drop von Innovation, der da gestartet wird. Da ist nochmal ein bisschen tot. Die Medivacs sind ein bisschen ange... Die sind stark angekratzt. Drei Medivacs und da kurz vor dem Umfallen. Eins ist down. Das zweite steht neben ihm. Boah, drei Medivacs sterben. Das heißt, die Medivacs haben kaum noch Unterstützung. Und die Medivacs werden jetzt verfolgt. Die Medivacs werden verfolgt. Da überlebt fast nichts von der Truppe. Der Drop war ein bisschen zu viel für Innovation. Jetzt kommt der Konter. Aber jetzt kommt der Versuch hier reinzukommen. Aber Maru hat bereits in der eigenen Medivacs herangeliefert, wie man sieht. Er ist dann auch mitgezogen, um diesen Fight zu überrollen. Da sind keine Medivacs mehr bei Innovation mit dabei. Das heißt, er kann sich da nicht halten. Er killt nochmal hinten die Worker. Aber auch da ist das Viking. Das sind die Marines. Und da geht für Innovation nicht mehr so viel. Und ich meine, oh, das Medivac kriegt nochmal Schaden ab. Aber es lebt. Der Trupp lebt. Innovation sammelt sich einmal neu. Aber da hat jetzt mehr verloren als Maru. Gutes Stück. Hat in der Zeit mehr gemeint, weil Maru sein SVs anderweitig beschäftigt war. Insgesamt sind wir da jetzt bei 10.000 zu 11.000 Ressources last. Und ja, die Basenstruktur von den beiden ist jetzt... Vieles aber nicht luxuriös. Und Maru pusht da einfach den Heikern hoch. Das ist mutig. Er hat hier mehr Medivacs. Er hat mehr Heel. Und Panzer sind nicht so viele. Das heißt, der Heel ist sehr, sehr wichtig in diesem direkten Fight. Dann laufen auch noch... Da läuft es in Zeit zwei Upgrade. Und zwei Armor Upgrade. Das heißt, Maru ist mit dem Upgrade fortan direkt. Hat er 2-1 der ganzen Zeit. Also stärkere Marines. Und zudem auch mehr Heilung. Und Innovation verliert. Einen weiteren Fight wird weiter zurückgepusht. Wir sind jetzt bei 6 zu 3 in den Medivacs. Noch ein Viking mit dabei. 3 zu 2 in den Panzern. 50 zu 41 in den STVs. Supply-Forschung ist nicht riesig. Aber es ist genug, um Innovation hier anzumachen. Er muss sich jetzt sehr defensiv aufstellen. Maru kann tatsächlich mal aus seiner eigenen Base rauspushen. Nachdem er die letzten Minuten komplett belagert wurde. Hat den Libraiter auch immer noch mit dabei. Aber der hat fast keine HP. Also wenn die Marine den kurz anhusert, fällt der Libraiter schon ein Problem. Das Problem ist, er steht gerade hier schön auf dem High Ground. Nutzt ein bisschen die Position aus und seine Flugfähigkeit. Also die Marines kommen nicht wirklich ran, um den zu snipen. Das heißt, der Libraiter nervt. Jetzt geht es in den Fight. Die Marines pushen nach vorne in den Panzer rein. Und Maru zieht sich da erstmal zurück. Hat noch die zwei Tanks hier. Da werden die STVs und die Muris mitgezogen. Innovation zieht hier alles, um den Fight irgendwie zu retten. Aber er kämpft in besseren Marines. Er kämpft mit zu wenig, was er da hat. Maru macht im Ende doch das 1 zu 0. Beginnt mit seiner Proxiex. Aber das Game geht deutlich, deutlich länger. Wird noch so eine richtige Schlacht hier. Und die Ravens haben sehr viel Arbeit geleistet für Maru. Also mit ihren Autotools. Die haben die ganze Economy korrigiert. Dieser Mining-Vorteil kam, doch die Ravens, die Maru da reingesetzt hat. Ansonsten wäre es für Maru ein bisschen schlechter gestanden. Weil er hat ja nur zwei Basen zufügen. Wurde in die beiden Basen belagert. Kam also nicht vernünftig raus. Aber er hat das gewuppt. Also starke Leistung von ihm. Mal sehen, wie die beiden weiter machen. Weiter geht's, weiter geht's. Also Maru zieht den SCV-Scout. Also möchte ich auf Nummer sicher gehen, dass Innovation hier keinen Blödsinn spielt. Aber es ist ganz normal. Die Barracks auf beiden Seiten. Beide mit dem Reaper als erste Einheit. Ganz entspannt. Ganz gechillt. Nicht schießiges wird hier gespielt. Die Factory kommt danach. Also soweit üblich. TVT. Doppel-Vespien-Gas. Mit unterschiedlicher Auslastung. Wir haben da 1-2 und 2-2. So, ein bisschen mehr Vespien-Gas für Maru. Man sieht das auch. Wenn wir da die Grafik aufmachen. 150, 170, 200, 240. Das ist immer ein Ticken der Akte. Das rechnet sich ja immer über den Durchschnitt. Daher schwankt das dann trotzdem ein bisschen. Es rechnet mit der Zeit. Und wenn die SCVs eben unterwegs sind, derzeit kommt eben kein Geld rein. Dann wieder, wenn sie abgibt, kommt wieder Geld rein. Daher schwankt das immer ein bisschen. Aber man sieht, so ein generell war da Maru eine Zeit lang vorne. Es ist nicht viel Vespien-Gas. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Wir haben jetzt nämlich 3-3 bei Innovation. Maru jetzt auch mit 3-3. Und wie man sieht, er hat jetzt da insgesamt... Das sind es gerade mal so 10, 20 oder Spien-Gas, was er noch mehr hatte am Ende. Also er hat das eben schnell aufgefallen. Weil Innovation hat quasi am Anfang etwas weniger gesammelt. Mit eben diesem 2-1. Hat aber dann ein bisschen früher auf 3-3 hochgestuft. Und daher, das summiert sich dann durch und gibt keinen großen Unterschied. Also das sind wirklich dermaßen Kleinigkeiten, die werden im Spiel nicht auffallen. Also wenn man ein StarCraft-Spiel von solchen Kleinigkeiten entschieden wird, dann... Keine Ahnung, was für ein Level wir da erreichen müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir so ein Level jemals erreichen. Weil es einfach auch nichts vom Spiel aus gibt, was man mit so einem bisschen anstellen kann. Wenn ich quasi die kleinste Einheit, auf der man ein StarCraft-Spiel gewinnen kann, ist 25. Weil das die kleinste Ressourcen-Einheit ist, die es für irgendwas gibt. Oder kosten Interceptoren gerade 15? Bin ich jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Aber so generell, selbst die 25 kommen nicht oft vor. Ich meine, Linge kosten quasi pro Stück 25 Mineralien. Aber gibt es nur im Doppelpack. Energiefähigkeiten schieben sie ja auch hier um 50er Schritten und ein bisschen 25. Aber dann ist es eher um 75 direkt. Also man muss dann quasi auf 25 mehr Energie warten für Spells. Das sieht man bei den Ravens gelegentlich. Aber ja, daher so Minimalitäten. 10, 20 Ressourcen mehr hier und da ist nicht wirklich wichtig. So, dafür gibt es hier den ersten Fight und der Hellion wird überrumpelt von Doppel-Reaper-Hellion von Maru. Kann da schon mal sehr viel Schaden machen. Invasion hat keinen Rival außer Rückzug. Der baut wieder auf eine Banshee. Invasion mag seine Banshees anscheinend im TVT. Und schnappt sich auch einen Panzer. Auf Maru-Seite. Die Einheiten gehen jetzt nochmal raus. Er hat jetzt das Tackler-Pierce. Könnte erst wieder ein Raven bei ihm werden. Und hat hier noch vor, ein bisschen mehr Druck zu machen. Mit Marines und mit Panzer. Und er hat einen richtig guten Start. Er hat einen richtig guten Start. Er kriegt den Großteil der Banshee-HP. Er beschädigt das Supply-Dip. Oder er hat auch einen Panzerschuss in die Marines reingesetzt. Also das hat Innovation komplett überrumpelt. Darauf war er nicht vorbereitet. Und die Banshee muss jetzt selber etwas aufpassen, wenn da die Marines plötzlich angeflogen kommen. Weil sie hat halt nur noch 20 KP. Das sind vier Marine-Angriffe. Und dann ist die Banshee down. Aber sie kann gut kiten. Und sie macht den Damage. Und sie hält diesen Push erst mal. Innovation muss da aufpassen. Weil vieles, was sie jetzt hat, ist angekratzt. Und man sieht das auch. Er kümmert sich um die Reparatur der Banshee. Warum möchte ich den noch nicht komplett abhauen? Der Raven kommt dann auch. Und Cyclone kommt damit zu. Die Banshee wird hochgezogen in den Hit-Points. Der Cyclone könnte da mies werden. Der Cyclone starft auch den Lock-1 auf die Banshee. Kriegt aber nur zwei Schüsse. Er bräucht den dritten. Die Banshee lebt. Okay, da kommt es auf die Kleinigkeiten davon. Welche Ironie. Dass ich gerade jetzt in so einem Game drüber rede. Und dann gibt es tatsächlich so Fights, wo es auf einen weiteren Angriff ankommt. Und die Einheit halt irgendwie zwischen 10 und 20 Hit-Points hat. Ja. Wobei ich habe über Ressourcen geredet. Nicht über Hit-Points. Weil Schadenseinheiten gibt es ja runter bis Einheit 1. Was es nicht gibt, ist halber Schaden. Es gibt keinen halben Punkt Schaden. Sondern es wird dann aber auf 1 gerechnet. Also es gibt da keine Komma-Werte in StarCraft. Sondern es wird alles auf ganze Zahlen gerechnet. Sind alles Integer. Keine Floats. Bzw. es gibt Floats, aber sie waren als Integer angezeigt und umgerechnet. Weil es gibt schon einige, einige Gleitkomma-Zahlen, die da genutzt werden. Zum Beispiel für die Turn-Rate, für die Attack-Rate. Nur eben für den Damage. Da, da müssen es recht glatte Zahlen sein. So, aber Innovation hält das. Und Maru sammelt den nächsten Trupp mit Vikings, mit dem Raven. Also wieder mal Innovation Raven los. Und Maru mit Triple Viking. Das würde einen recht frühen Fight geben. Das könnte eine recht frühe Entscheidung geben, tatsächlich. Ja, wir haben da jetzt 3 zu 4 in den Vikings. 3 zu 4 in den Panzern. Der eine Raven eben mit dabei. Oh, Innovation Shoutout zuerst. Oh, die anderen hätten es ein bisschen weit vorne. Das trifft nur den Hellion. Hätte es schlimmer kommen können. Scannen auf die gegnerische Army. Und da drüben treiben sich noch die Vikings und die Banshee rum. Maru wird mehr produzieren, nach wie vor. Nein, er baut nicht konstant. Er hat den Doppel-Star-Port, also er könnte mehr produzieren. Aber es fehlt natürlich auch ein bisschen in den Ressourcen. Wir sind jetzt nicht in der besten Economy. Aber dann haben wir Marine gesprengt oder gekillt. Und jetzt tatsächlich die Fight Front. Da kommt die Autoshirts. Ah, nee, da kommt nicht, da kommt die eine der 40. Es kam auch ein Autoshirt, aber es hat nicht lange gehalten. Die Vikings battlen sich und die Panzer ballern sich raus. Und momentan sind es 3 Panzer zu einem. Die Marines nehmen nochmal einen raus. Die Vikings landen jetzt allerdings. Und es ist Maru, der den Fight erstmal gewinnt. Und der droppt jetzt Vikings auf die Panzer von Innovation. Innovation hat halt nichts, um seine Panzer groß zu schützen. Der eine Marine, der ankommt, ist halt auch minimal den Hit-Points. Das heißt, er tut nicht viel. Der Panzer jetzt im Tank-Modus macht mehr als der Marine auf jeden Fall. Jetzt kommt nochmal Vikings dazu. Maru möchte aber weiter die Panzer jagen. Panzervorteil ist auch mega wichtig. Und da steht es gerade 3 zu 1, jetzt steht es 3 zu 0. Vikings gehen es nochmal hoch und es ist 3 zu 2 hier oben. Also Maru, die Vikings hier gerade räumen einfach auf. Die müssen ein bisschen auf ihre Freunde vertrauen. Und Medivacs, Raven müssen aushelfen. Aber jetzt hat Maru den richtig starken Stand vor der Haustür seines Gegners. Hat immer noch 3 Vikings gegen Zeit. Die ist noch ein Move-Command. Die waren auf dem Ready-Point. Als Innovation fehlt das eine Viking, ohne irgendwas machen zu können. Hat nichts. Er hat nichts an Verteidigung. Es steht 9 zu 30. Das Ding ist, hat eventuell einfach gelaufen. Vikings dann wird es wieder. Die Panzer schießen die SCVs rein. Und der Worker-Damage ist ordentlich. Das sind nochmal zwei Vikings dran. 16 SCVs. Erster Panzer ist noch nicht, der ist noch nicht mal down. Der Panzer lebt mit 8 AP. Und Invasion sagt sich, ja, nee. Das war es nicht. Da kommt das GG. Maru erhöht die Führung auf 2 zu 0. Ja, so schnell kann sich eben sowas entscheiden. Der Raven, oder den Raven nicht gehabt. Macht da einiges aus. Und ja, die Vikings hoch, runter, hoch, runter. Aber hat funktioniert. Wie agil diese Einheiten sein können. Diese Vikings. Und Maru erhöht damit die Führung. Und hat damit ab hier schon Matchball. Kommt jetzt etwas überraschend. Aber mal sehen. Und die Split-Strategie für Maru auf Romandazide. Eine Baracks draußen. Eine Baracks zu Hause. Trotzdem Doppel-Repo-Produktion natürlich möglich. Und Invasion macht das wieder No-Scout. Der scoutet jetzt. Er scoutet nicht. Never mind. Er baut die Expansion. Es könnte Probleme geben. SV ist da eventuell ein wenig in Gefahr. Hier wird noch gewartet. Natürlich Reaper 1 fährt jetzt los. Der zweite kommt dann wieder zu. Und... Ah, ist das ein Vision? Nein, es ist noch knapp nicht ein Vision. Also Invasion, er weiß noch nichts von seinem Glück. Und dann ist es gleich ein 2 gegen 1. Und da kommt ein Breen dazu. Und der Breen wird keine allzu große Hilfe sein. Ja, Reaper wartet immer an der Rampe. Also man hat den Rampenvorteil. Das ist noch immerhin etwas. Invasion weiß jetzt, was los ist. Der Ava 2 gegen 1. Und der kriegt nicht wirklich Attacks raus. Bunker ist weit vor der Feier. Schon in Berlin versucht sein Bestes. In Berlin stirbt. Das sieht gar nicht gut aus für Invasion. So absolut katastrophal sieht das für ihn aus. Ja, die Netspiel wird nämlich auch nichts werden. Bunker wird auch gebaut. Und der Maru findet ein wunderschönes Opening. Das treibt den Stress-Pick der Invasion natürlich hoch. Weil er ist schon 0-2 hinten. Und Maru belagert gerade seine Netspiel. Sehr erfolgreich, wie man dazu sagen darf. Bunker-technisch 21 zu 23. Und natürlich der Versuch jetzt einfach Konter-Einheiten hinzukriegen. Die Reaper können auch mal in die Mainbase gehen. Können dann auch versuchen, vielleicht SCVs anzuschießen, wegzuschießen, Mining zu stören. Das hätten sie ja schon die ganze Zeit machen können. Um ehrlich zu sein. Aber Maru wollte es, wusste nicht, wie viel von Innovation hier da ist. Ja, die Expansion wurde komplett gecancelt. Das heißt, sie muss neu gestartet werden. Man fehlt 100 Mineralien zu Maru und hat noch gar nichts verloren. Jetzt geht es zum Fight. Da wird mal das erste SCV von Maru sterben. Aber das ist es ihm vollkommen wert. Er killt nämlich gerade selber 3. Und macht trotzdem noch sehr viel Stress mit diesen 4 Reapern. Also er macht so viel Druck, wenn er kriegt noch ein SCV, noch ein SCV, noch ein SCV, noch ein SCV, noch ein SCV. 6 Kills, 7, 8 Kills. Oh mein Gott, Maru nimmt so viel mit. Er verliert dann auch noch einen Reaper. Aber für 8 SCVs mehr als wert. Er hat 50% mehr SCVs gerade als Innovation. Er lebt ein Luxusleben. Und für Innovation wird das gerade zur größeren Katastrophe. Weil Maru hat doch eine Expansion. Also Innovation ist in sämtlichen Belangen hinten. Hat mehr Army. Aber um die Army rauszubringen, muss er im Bunker vorbei. Das heißt, Maru würde das sehen. Und Maru bringt jetzt selber noch die Burdags mit ins Spiel, um da Vision auf der Highground zu haben. Er braucht einen Starport. Mit dem hat Innovation. Also Innovation kann jetzt einen Drop anfangen. Irgendwas muss er tun. Fien ist jetzt höchste Eisenbahn. Wird um mein Gott noch platziert, um den Konter besser aufhalten zu können. Und Maru würde merken, okay, hier ist nichts zu Hause. Eventuell schaut einfach mit dem Reaper nochmal vorbei. Ist auch eine Option. Er wird dann... Er wird noch umgerüstet. Ein Marine wird gebaut. Ein Marine ist hier hinten. Also die Reaper können tatsächlich noch reinliften. Außer sie nehmen eben den Weg hier dabei, die würde mein. An der Rampe. Ah, Maru nimmt genau den Weg. Er hätte erleichtert den Jump gemacht. Ja, würde mein, schon zu spät. Kehlt einen der Reaper. Damit wird das hier relativ okay aufgehalten. Maru sitzt eben sich selber um den Angriff kümmern, den abbekommt. Die würde mein, stirbt nochmal. Der Reaper stirbt aber ebenfalls. Der will nochmal den Marine-Kill, kriegt er auch. Und den zweiten, äh, Maru, ein bisschen zu aggressiv. Er hat den Bunker noch. In dem Bunker stecken auch Marines noch drin. Dafür geht es jetzt hier los mit dem Drop mittendrin. Und da macht er nämlich ständig den Ausgleichsschaden, den er dringend, dringend braucht. Der Cyclean ist aber trotzdem eine Herausforderung. Sechs ist ihm bereits gefallen. Hellion stirbt. Es verbleiben drei Marines versus ein Cyclean. Und noch ein Marine und ein paar LCVs mit dabei. Der Hellion wird nochmal jongliert. Marines werden jongliert. Wenn man den Schaden vom Cyclean hier aussieht. Also Innovation holt wirklich raus. Er macht den Damage. Er macht den Damage, den er braucht, um das Spiel wieder ein bisschen gerade zu rücken. Hat insgesamt neun Cycles mitgenommen. Er nimmt eventuell noch ein, zwei, drei mehr mit. Der Hellion Migalow, der Panzer kommt, bin angefahren. Der Panther hat einen Damage-Point. Das heißt, gegen ihn kann man nicht einfach einladen und den Schaden dodgen. Es ist kein direktes Projektil. Das ist deutlich schwieriger. Wenn das ein Here-Cyclean mit dabei ist. Und die Marines werden das nicht überleben. Innovation wird noch ein bisschen Zeit für den in seiner Expansion. Im Vergleich zu Maru, 25 zu 30. Die SD ist aber bei Innovation hat zumindest den Nachteil etwas aufgeschlossen. Und das war mega wichtig. Hat das sein... Ne, der Medic lebt noch. Der Medic ist noch aktiv. Er holt noch mehr SCVs da gleich raus. Das sind nämlich noch welche angeschlagen. Und Maru ist gerade raus genug. Ein SCV gestorben, zwei SCVs gestorben. Cyclean will jetzt erst das Medivac entsorgen. Dann kann auch nicht mehr gemeinkert werden. Dann geht der Hellion down. Aber fünf weitere Kills. Das ist wirklich solide von Innovation. Das Problem ist, jetzt kriegt er wieder den Kont ab. Aber er hat einen Panzer, er hat einen Raven. Das sollte reichen. Outfit von Maru direkt genutzt, um sich in Position zu bringen. Aber damit ist sie ja nicht weit genug vorne. Und das wird dann nicht mehr funktionieren. Sieht man auch. Bricht das ab, zieht sie zurück. Innovation. Ja, wirklich dieser Drop. Das Micro mit dem Drop. Er hat das Game tatsächlich wieder ausgeglichen. Unfassbar. Als wenn man schon so weit hinten ist in den Workern. Aber dann trotzdem zurückgerudert. Also, echte Leistung. Echte Leistung. Und jetzt ist die Frage, wie spielen die beiden das weiter? Das ist jetzt im Moment. Okay, einmal sammeln. Wie ist jetzt eigentlich mein Status gerade? Von wegen wie? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Wer ist gerade wo vorne? Das ist jetzt ziemlich schwierig abzuschätzen. Nach so viel Gefight im Early Game. So vielen verlorenen STVs. Verlorene Mining Time. Man sieht, der Raven geht jetzt auf eine Solo-Aktion. Und da wird jetzt umgerüstet auf Reaktor an den Starport. Und Vikings dann werden gebaut. Wir kommen auch direkt und hier ist die dritte Basis am Start. Hier ist bei beiden am Start. Die wissen nicht komplett voneinander. Maro hat sie noch nicht gesehen. Am Innovation müsste die, glaube ich, gesehen haben. Als sie noch im Bau war. Genau. Die dritte ist ihm bekannt. Hat eben auch eine eigene. Und es wird jetzt eben aufgerüstet. Mehr Marine hat mehr Hitpoints. Das gewinnt auch den Fight. Und läuft dann weg, bevor der nächste kommt. Die Marine Wars wieder im TVT. Einfach Marines noch gegen Schingo. Wobei, der ist zu weit hinten stehen geblieben. Also der... Oh, nein. Er hat den Gebüschbonus. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Zu wenig HP. Knapp, aber es reicht nicht. Er hat noch zwei Angriffe gebraucht. So, hier die dritte wird jetzt auch gesetzt. Die von Maro ist tatsächlich nicht gelandet bisher. Dafür sein 1-1 ist schon unterwegs. So, haben wir mit seinem Stim. Innovation hingegen noch eine Factory. Die er da baut. Das wird ziemlich mech-lastig, was er da betreibt. Okay, das... Das wird noch richtig spannend. Ja, da wird dann wieder um 1-1 gecleared. Aber wenn Innovation jetzt merkbar, braucht er natürlich auch ein bisschen Zeit. Vikings plus Panzer ist seine goldene Konstellation. Die sich hier zusammenschraubt. Hat die dritte. Ah, wo schnappt die sich jetzt auch? Supply wird noch weiter wachsen. Und da kommt der Scan. Er sieht... Ja, er sieht aber genügend Panzer. Bei den Vikings bin ich nicht sicher, was alles im Scanner ist. Dann mal Kontoscan kommt. Innovation kann auf jeden Fall bestätigen. Ja, das ist Bio mit Panzern. Der Klassiker. Beide mit Armourys. Innovation mit der Doppelarmory. Also ja, Mechplan. It is. Drei weitere Factories. Innovation rüstet auf. Das bin ich sehr gespannt. Wie stellt sich Maru gegen das Neck von Innovation an? Hat jetzt sein 1-1 weiter. Sein Combat-Sleeve kommt noch. So langsam kann er loslegen eigentlich. Er hat das selber. Aber auch sehr viele Vikings. Aber der hat keine Drops, die gestarten kann. Er baut selber noch die ganzen Vikings. Hält da noch recht gut mit Innovation mit. Problem entsteht natürlich dann. Okay, da kam der Scan. Maru weiß jetzt Bescheid, was los ist. Hat das gescannt. Er weiß von den zusätzlichen Factories. Er weiß von allen Factories. Aber ja, da ist eben die Gefahr, wenn man die schlechteren Upgrades hat. In Spanien schnappt sich Maru jetzt auch sein Plus-1-Attack. Weil Innovation wird automatisch Plus-1-Armor auf seinen Vikings bekommen. Weil es das Universal-Upgrade ist. Schnappt sich Plus-1 dafür, für seine Panzer. Aber die Bio mit 2-Zeit. Also trotzdem, Maru hat hier noch sehr viele Möglichkeiten. Zumal Romantus halt auch sehr, sehr groß ist. Und man muss gut weit nach außen expandieren. Das öffnet mehr Möglichkeiten für Run-Bus oder Drops. Und jetzt Supply Clattered. Also Innovation bekommt zumindest seine Aufbaufase mitten im Mech. Erste Liberator kommt mit aufs Feld. Noch mehr Panzer laufen vom Band. 8 zu 8 aktuell. Und 12 zu 10 in den Vikings. Die ersten Medivacs eben noch, die da dazugebaut wurden. Das blockiert halt den Starport von Maru. Und dann kann er keine weiteren Vikings bauen. Hat jetzt aber noch zweiten Starport mit dabei. Hier werden die Hellen sind mal kurz verscheucht. Und da kommt die vierte Basis auf beiden Seiten. 68 zu 76 Worker. Da war das ein bisschen mehr Mining. Aber jetzt noch keinen großen Kampf, seit den SCVs, die im Early-Gang gesnipet wurden. Und dann kommt der Drop 10, 15 SCVs down. Und jetzt wird das Spiel irgendwie doch noch sehr festgefahren. Und Fusion Core kommt für Maru mit dazu. Das ist auch mal geil. Wir haben Fights im Early-Game. Wir skippen jetzt einfach das Mid-Game und gehen aufs Late-Game. Ich glaube, das ist in der Konstellation auch mal was Neues. Also man kennt, dass das Early-Game geskippt wird und das Early- und das Mid-Game. Aber dass im Early-Game komplett zur Störung angerichtet wird und dann dann skippt man eine Phase Richtung Max-Out und dann kann gefightet werden. Ist auch mal eine schöne Konstellation. Das Maru da einfach so mitzieht, aber er hat sich wahrscheinlich nicht stark nur gefühlt, um da irgendwas machen zu können gegen diese wachsende Armee mit vielen, vielen Siege-Tanks. 11 zu 8. 14 Vikings in der Luft. 11 Hellbets jetzt auch mit dabei. Das sind die Tanks quasi vorne dran, die einfach die Bio dran hinder wollen, auf die Panzer drauf zu diven. Kommt Gassif-Shells, kommt Advanced Ballistics, kommt 2-2, kommt für die MEG-Armee. Tore werden gebaut. Also es wird auf jeden Fall ein Feuerwerk. Egal ob Maru hier gewinnt oder dann doch die Map abgeben muss. Es wird einiges durch die Luft fliegen. Da steht jetzt schon außer Frage. Drop soll gestartet werden, aber der Sensor-Tower ist gut. Das heißt, die Medics werden ab jetzt schon gesehen. Da ist auch ein Missile-Torret, Doppel-Missile-Torret, Triple-Missile-Torret und ein Cycle-Torret mit dabei. Da wurde er auch gescannt und Maru denkt sich, nee, das ist keine Drop-Option, die Stelle. Mehr Factories für Innovation. Der ist jetzt auch maxed. Maxed-Out MEG-Armee. 2-2 Upgates unterwegs und dauert nicht mehr lange, bis die durch sind. Okay, es gibt ein bisschen Arge an den SEVs mit dem Cycling hier, aber der wird gestoppt von dem Panzer. Und ja, Maru scannt nochmal die Armee, weil es okay. Der Pain-Train rollt jetzt auf mich zu. Kann ich den aufhalten? Er macht das gut. Er macht das gut. Er snipe nicht mit dem Rienz ein Viking nach dem anderen. Das gibt ihm den Viking-Vorteil. Anti-Armarser fliegen auf beiden Seiten. Das ist ein richtig guter Start für Maru tatsächlich, für diesen Fight. Er gewinnt nämlich jetzt den Viking-Fight und hat deutlich, bis die Tore mit dazu kommen. Und das gibt ihm die Zeit, um mit dem Liberty-Panzer rauszunehmen. Oh mein Gott, wie schnell hat er denn da reagiert? Haha. Hat gesehen, die Viking sind den Fuß weg, die Panzer nicht gesehen. Sofort Stim gezündet und ich glaube, er hat drei, vier Vikings rausgesnipen mit dem Rienz. Klar, die Rienz sind dafür gestorben, aber das war es vollkommen wert. Ansonsten hat Maru ja keinen so guten Fight bekommen. Hat er natürlich die Vision mit dem Scanner. Also er wusste, dass Innovation hier anläuft, aber er hat wirklich keinen Augenblick gezögert. Sofort die Chance genutzt, die sich dem Geil da geboten hat. In welchem ist es jetzt erstmal die Wege ein bisschen aufzumachen. Wird natürlich nachgepumpt. Max hat es direkt wieder am Start, wobei Max dauert natürlich eine Weile. Mehr Tore kommen aufs Feld. 3-3 für die Bayer unterwegs. Plus 1 Armor für die mechanischen Sachen von Maru. Also Liberator, Vikings und Panzer und Raven und Medivacs. Die Liberator setzen sich hierhin und wollen für mehr Ärger sorgen. Viking-Anzahl 19 zu 15. Aber es sind sechs Tore mit dabei und das ist eben was, dass Maru jetzt aufpassen. Wenn man die Tore mitfighten, ist der Viking-Fight nicht so einfach zu gewinnen. Dafür hat man die Liberator. Die versuchen eben hier Innovation unter Druck zu setzen. Das macht die auch gerade ziemlich gut. Innovation weicht erstmal aus. Er hat ja keine Missile-Tools, die mir irgendwie aushelfen, sondern er, man muss das mit den Einheiten machen. Okay, jetzt rückt er vor. Er will es tatsächlich wissen. Es geht voran. Es kommt in der 4-4-Message auf einen der Tore. Die Helps laufen da unten einfach durch. Panzerballern da drauf. Die Tore, wenn das nicht, flanken die Vikings an. Viking-Fight ist voll am Laufen. Nein, die Tore ziehen sich zurück, weil die Panzer, die Liberator da mit dabei sind. Die Tore ballern zwar rein, aber es ist trotzdem Maru, der sich hier in dem Fight erstmal ein bisschen durchsetzt. Zieht sich am Ende jetzt halt auch nochmal zurück, aber er nimmt genügend mit. Es sind jetzt am Ende bei 4-6 in den Vikings. 7 Liberators sind aber auf dem Feld. Und Innovations-Army braucht halt deutlich länger zum Nachbauen. Man sieht das auch ressourcentechnisch. Maru 20 Supplier mehr und hat noch mehr Geld auf der Bank, das er nutzen kann. Hat die Basis hier, fliegt die Basis hier rein. Also auch basentechnisch sieht es besser beim Außenmeer-Worker. Maru bringt sich da gerade in den Vorteil. Mehr und mehr. Sein 3-3 kommt da noch mit zu, wobei Bio ist nicht mehr so relevant für ihn. Auch er baut jetzt quasi sehr mech-lastig. Baut Liberator und Vikings. Das ist alles, was in seiner Production gerade drinsteckt. Und jetzt noch ein paar CCs mehr dazu. Hat die noch ein paar Panzer gehabt, die jetzt auch noch mitzieht. Also für Innovation, da wird es gerade etwas schwieriger. Plus 3 für die Panzer, plus 1 für die Vikings. Ist unterwegs. Vierfache Viking-Produktion, aber auf beiden Seiten. 7 zu 10 aktuell. 11 Liberators sind auf dem Feld. Das hagelt halt die Shots. Das wird für die Tore richtig unangenehm. Wenn die Liberator irgendwie es schaffen, die Schüsse rauszuspammen auf ihrem Anti-Ground-Modus. Und das soll es hier geben. Ja, da einmal auf die Tore, über die Tore, drüber. Die Tore versuchen, das alles los zu fokussen. Die Vikings battlen sich. Wie sieht es aus? 5 Tore sind doch da. Nur noch 6 Liberator. Aber die Tore leiden jetzt auch an den Maraudern, an den Panzern. Die Tore verschwinden. Die Vikings fighten noch immer. Die Liberator kommen jetzt mit nach vorne. Da ist noch ein Tor. Die Vikings werden jetzt auch von den Liberator beschossen, Damage. Das ist in der Weichenfeil jetzt nicht möglich. Vielleicht darf er die Panzer räumen auch von Maru. Er cleart alles auf dem Boden bis auf einen Siege-Tank. Innovation gewinnt den Fight in der Luft. Aber auch hier wieder die Verluste sind riesig. 30 Sublime Vorsprung für Maru. Und trotz allem hat Maru mehr Economy. Er kann das leichter ersetzen als Innovation. Er ist nicht weit vorne, aber grundsätzlich sollte ihm das ein bisschen leichter fallen, das hier nachzubauen, diese Riesenverluste. Zuerst mal nochmal sammeln. Innovation möchte eine neue Basis. Da haben wir noch das Mag-Field Upgrade für die Cyclones. Jetzt kommen wir Cyclones mit ins Spiel. Die Weichen ist nochmal repariert. Und mehr Commands, bis jetzt mehr Orbital Command bei Maru. Hat auch ein Riesenmule, haben wir gedacht. Ja, Mineralien steigen. 4.000, 5.000. Wie hoch kriegen wir das? Ich glaube, viel höher nicht. 5.500 könnte vielleicht noch drin sein. Aber wir sind, glaube ich, schon ziemlich am Oberen Nimmer der. 5.4 habe ich gerade für einen kurzen Augenblick gesehen. Also 5.000 Mineralien pro Minute. Und das wird momentan auch alles ausgegeben. Wie man sieht, also Maru haut das Geld direkt wieder weg, wenn es reinkommt. Für Liberator, Marauder, Marines, Upgrades, Vikings. Es muss das Supply wieder gefüllt werden. Der 30-Supply-Vorsprung ist noch in etwa da. Innovation klettert ab jetzt auch wieder. Army-Komposition momentan 8 zu 7 Panzer, 13 zu 10 Vikings. 3 Liberator noch für Maru mit dabei, dafür 3 Cyclones bei Innovation mit dem Mag-Field. unterwegs, noch nicht ganz da, aber es kommt näher genau wie sein Plus-3-Attack für die Panzer und Cyclones und die Hellions. Noch nicht ganz online, aber es ist im Bau. Dafür arbeitet Maru am Plus-3 für seine Vikings. Er hat wirklich die besseren Upgrades in der Luft. Er hat das Plus-2-Attack-Upgrade. Innovation nur Plus-1 und eben Maru mit Plus-3 unterwegs. Also da wird er noch einen drauflegen. Jetzt der nächste Fight. Das könnte der entscheidende Fight sein. Die Liberator klappen sich auf, die Vikings battlen sich, aber die Panzer unten haben damit sofort Schuhe, die Liberator leben nämlich noch. Können die Panzer wegsteppen Stück für Stück. Die Cyclones mischen sich damit ein, aber machen hier gerade nicht genug. Innovation muss sich ein weiteres Mal zurückziehen. Jetzt bei 16 zu 7 in den Vikings. 8 zu 4 in den Panzern. Innovation hat deutlich mehr kassiert. Man sieht damit 24, fast 25 zu 19.000 Resources lost. Der nächste Fight mit den Vikings. Die wollen aber eigentlich in den Liberator snipen. Dafür verliert aber Innovation mehrere eigene Vikings und wird trotzdem weiter von der Bälle belagert. Also Maru managt, dass sie deutlich besser kriegt. Noch mal einen Panzer. Beschädigt den anderen. Der Cyclone kriegt einen Schuss ab. Und Innovation, er findet halt hier keine Möglichkeit zum Fighten. gerade die nicht genügend Einheiten. Maru ist jetzt zu gebündelt unterwegs mit starken Units, mit starken Upgrades, mit einer starken Komposition und er will die nächsten Panzer haben. Und es sind nur noch drei übrig und dann wird das Innovation richtig problematisch und gar keine C-Jacks mehr mit dabei sind. Weil die A klicken dann einfach auf eine PF drauf. Jetzt geht es in den nächsten Fight. Die Cyclones versuchen es mit dem Wegkeiten. Kriegen ein paar Liberator gelockt. Kriegen die Liberator auch raus. Noch mal einer wird gesnipet. Die Liberator sind teilweise weg. Es stehen noch zwei rum. Aber es sind dann immer die ganzen Panzer da. Und wie man sieht, Maru schiebt sich trotzdem Meter um Meter nach vorne. Innovation kann es halt gerade nicht stoppen. Und gerade sind die Cyclones müssten sich hier ein Panzerfeuer reinwagen. Das wollen die eigentlich nicht unbedingt zu versuchen. Nochmal lockern auf die Cyclones. Das ist auch einer halt nochmal von der Seite Innovation versucht, das hier irgendwie zu clearn. Aber er fällt einfach komplett selber auseinander. Er kann das nicht retten. Maru setzt sich ja doch mit einem 3 zu 0 tatsächlich. Verschiedene Games. Maru macht Druck von Anfang bis Ende. Und dann sehe ich diese Turnaround noch am Anfang im Early Game mit den Reapern, die hier den Schaden machen. Und dann Ovations troppte in den Konterschaden machen. Ansonsten wäre das Game gar nicht so lang gegangen. Das Invasion hat eigentlich noch sehr viel rausgehört. Aber mit dem Mech kann man dann doch nicht gegen Maru an. Also wir haben den ersten Finalisten feststehend. Das ist mir. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.